So, wir kommen jetzt in einer Folgezählung zur Folge Nummer 17. Und es wird geladen. Und es wird geladen. Und es wird geladen. Was wir jetzt machen, ist noch eine Herausforderung. Was stimmt, letztes Mal hat er noch jemand angefragt, in unsere Welt zu kommen. Das habe ich vollkommen ignoriert. Also ich habe es irgendwie akzeptiert. Ja voll. Kann ich was das jetzt so lassen. Also wegen der Überdung. Und vielleicht hätte er gegen uns kämpfen wollen. Oder mit uns etwas machen können. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe den Kauf vergessen. Und ich muss das Game beenden. Ja. 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 Und da oben. Und da oben. Ich habe den Kaufmann. Ja. 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 Oh man, das ist so gut. Das ist doch der beste Zerstörer. Dann machen wir die Dinge. Dann kommen wir da. Hier. Dann kommen wir da. Dann machen wir da. Dann machen wir das. Dann machen wir die Zerstörer. Dann machen wir das. Dann kommen wir da. Hier. Das ist jetzt hier gespatt. So eine Zucke. Oh, so, so. Dodge this! Gah! Ah! 2 girls! Ah! Ha! Ha! Y'aah! 4! 3, 4! Was ist passiert? Ha! Ha! Kulitz! Das ist so! Häh! 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 Das ist schon ein ultraperverziger Fahrzeug. Was ist das? Nice. Nice. Wo ist die neue Kiste? Es hat irgendwie 3 angezeigt. Es hat sich nicht 3 angezeigt. Vielleicht auf dem Dach. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ähm. Ich kann es nicht mehr so zünden. Ah. Hier. Ist das ja. Genau. Dann können wir diese Mission nachher. Ja. Verpacken. Höch an. Höch an. Höch an. So. Starbys, wenn ich... Aber wie ich so verstehe, als nächstes Zorn liegst. Oh, so sorry. Freeze. Try not to enjoy this too much. Come a little closer. You're in for a little shock. You're in for a little bit. You're in for a little bit. You're in for a little bit. Cool it! Freeze! Don't push your luck! Cool it! Freeze! I don't know what to do He's on the floor, huh? He's on the floor, huh? Where is he? He's on the floor! He's on the floor, huh? Ah, we have to save it, huh? Okay! That was the mission! Everything is done! Hallelujah! Hallelujah! Also, we have some missions, now we can look! He's on the floor, huh? I think it's a bit unangenehm and I think it's not a problem, it looks like a slouch! I think we should go best outside the floor outside the floor, so I teleport here to the floor and then we try to go to this floor and then here the river I think it's a bit of 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 What's the hurry? What's the hurry? What's the reason why this is a Dämonen-Bob? Zum Glück ist das hier alles so für Rizemmung verklüftet, das wir gut halten. Und da hat es irgendwie überall die versteckten Elemente, die man da reinstecken kann. Nachthüte, äh, Nachthüte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 50? 50? Das war's. Jonah! Derって! Woh 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 woh! Das sind mit der ScholViewer. Drop! This moment will be frozen later. Dodge this! Cool it! Freeze! Drop! Dodge this! Cool it! I don't know what I got there. I don't know what I got there. What's the hurry? Freeze! Frostbite! Ah! Ah! Cool it! Ah! Ah! Dodge this! Ah! Ah! Freeze! Ah! Ah! Okay. Let's see if I got sleepy enough. Fascinating. Ah! 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 This is so dear. Schnellen! Da, des Tessens! Ich dachte euch das, was mein Gott, war wieder! Oh Gott! Das Tingle! Ah! 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 Dória! Ah! 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 Cool it! Freeze! Cool it! Have a little taste! Freeze! I think that's the wrong test subject! Oh, so sorry! Don't want a taste in my hair! Try! Don't push your luck! Dodge this! I got carrots! I got carrots! Cool it! Dodge this! Don't get frostbite! Don't get frostbite! Cry! Dodge this! I got carrots! I got carrots! I got carrots! The wrong test subject! Freeze! I should... release my hammer! Don't get frostbite! What's the hurry? Dodge this! What's the hurry? Oh, so sorry! Cool it! I can't see what she's getting... I can't see what she's running out of progress They don't think they're going to explode now... What? das Haha Was ist das? So... Ah 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 Was ist das Dorf? 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 Und hört endlich auf was? Was ist das Dorf? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay. Oh, I'm glad. I'm glad. Oh, 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 I'm glad. Entschuldigung. Drop! Schönen Nachtjahr, diese Gegend. Entschuldigung. Ah, ich glaube, ich weiß es. So, genau das zieht ihr um. Ist das eine Antwort von dieser Welt? Oh, ich glaube, ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Das war's für heute. A reward on the road. Drop! A reward on the road. Freeze! Cool it! Freeze! Cool it! Cool it! This moment will be frozen in time. Dodge this! Freeze! Let's spark these up a little. How fortunate. Hmm. Hmm. Nice! Let's go! Oh, that's okay. Oh, I'm sure. I'm sure there's a little more. I think that was a good one. Was ist das? Okay. Okay. Es ist ein bisschen krass, dass uns die Bauer darauf beherrscht. Ich denke, es wird eine schwierige. Weil es sehr gefährlich ist. Ich denke, es ist ein bisschen krass. Oh, f***. Wir machen sonst die da unten. Aber gut, das Wetter wird gleich ausgelöst. Mit der Rache. Oh, so sorry. Freeze. Das Moment wird entt công sein. Was ist das so schwer? Was ist das so schwer? Gute an, was ist das so schwer? Was ist das so schwer? Was ist das so schwer? Ja das ist das so schwer. Und dann wird der Fall da ein wenig zu verletzeln. Ah, das ist noch ein Blast-Drop-Stock, aber das ist nicht so... Okay, es wird gerade Zeit zum beenden. Wir müssen jetzt noch das Ding suchen. Und wir müssen das Game beenden, weil schwarz. Tja. Das alte kannte schwarz. Das ist das. Das ist das.